Was erforderlich wäre, wäre, dass diese Leute an der Macht es schaffen würden, ihre Emotionen zu kommunizieren. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Welche Bevölkerung, diese Bevölkerung jetzt, die wir jetzt hier haben, würde die das aushalten, wenn unser Kanzler sagen würde, es tut mir leid, ich fühle mich völlig hilflos, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich bin wirklich am Ende. Da wäre wahrscheinlich Panik. Da wäre Panik. Dann wäre Panik.